Hallo bei Nerdfight Medizin. Hallo. Da sind wir wieder und wir haben euch heute ein spannendes Thema mitgebracht, beziehungsweise Martin, und zwar soll es um den Schock gehen. Schock, das ist ja schockierend, Martin. Ich fange mal an mit der Definition, weil ich glaube, die fällt mir noch ein. Das ist letztlich die Mikrozirkulationsstörung, die im Endeffekt zu einer Organunterversorgung oder zu einer Gewebsunterversorgung mit Sauerstoff führt, meistens also zu einem Endorganschaden. Genau. Also völlig einfach, aus irgendeinem Grund, über das werden wir gleich, glaube ich, reden, kriegen die Organe zu wenig Sauerstoff. Warum? Werden wir sehen. Aber jetzt fangen wir doch mal ganz locker easy an. Wie merke ich denn das, dass da überhaupt ein Schock vorliegt? Weil das Organ sagt mir ja nicht unbedingt, dass da ein Sauerstoffmangel vorliegt, oder? Manche Organe sagen es tatsächlich. Zum Beispiel die Niere sagt es ganz gut. Du bist ja der alte Nierenfuzzi und du weißt ja, wenn die Niere nicht funktioniert, naja, wenn die Niere nicht funktioniert, dann gibt es kein Urin. Und die Niere ist eines der ersten Organe, die uns tatsächlich ziemlich laut sagt, Moment mal, ich funktioniere nicht mehr. Aber du hast völlig recht, wir müssen den ja vielleicht auch erkennen, ohne dass wir jetzt da die ersten Stunden den Urin-Output messen. Ist auch im Rettungsdienst vor allem jetzt nicht so einfach. Was? Mach immer. Und es gibt ja das, was man noch immer an jeder Ecke irgendwie hört, den sogenannten Schockindex. Das heißt, dass quasi die Herzfrequenz höher ist als der systolische Blutdruck. Klassischerweise, zum Beispiel, du hast jetzt eine 120er Herzfrequenz und einen 90er Blutdruck. Dann sagt man, der Schockindex ist positiv, das eine ist größer als das andere. Man erwartet ja das eigentlich, dass das umgekehrt ist und der Patient hat einen Schock. Das stimmt aber natürlich nicht immer. Das heißt, es gibt Fälle, wo das Quatsch ist. Es gibt Leute, die haben ein Tachycardis vorflimmern, sind nicht schockig und haben eine 130er Herzfrequenz und einen 120er Blutdruck und haben keinen Schock. Moment. Das habe ich damals noch auf der Rettungssanitäterschule hören. Jetzt willst du mir einfach sagen, das ist alles hinfällig. Nee, ist nicht alles hinfällig. Wenn du das machst, dann musst du mir einen neuen Strohhalm geben, in dem ich mich festhalten kann. Genau. Ich gebe dir den Urin-Output. Also, tatsächlich gibt es kein klassisches Zeichen. Es gibt mehrere Hinweise, die uns helfen können. Ich möchte nur aufpassen, warum sagen wir immer, dieser Schockindex passt nicht. Gar nicht so, weil wir die wenigen, die dann nicht schockig sind, dann zu gut behandeln, sondern es geht darum, dass wir Schocks übersehen. Und es gibt einfach Leute zum Beispiel im schwersten kardiogenen Schock, die haben noch einen ziemlich guten Blutdruck. Aber wenn man den Schock nicht erkennt, dann verfallen die rapide. Und deshalb muss man da aufpassen, nicht zu sagen, jeder, der einen guten Druck hat, der hat einen 130er Druck, alles easy. Stichwort kryptogener Schock, glaube ich, oder? Ja, genau. Das ist zum Beispiel eine Formulierung dafür. Aber im Endeffekt sagt man einfach, der Blutdruck allein ist kein gutes Zeichen für einen Schock. Du wolltest andere Sachen wissen. Genau. Ich wollte wissen, wie findet man denn jetzt in den Schock heraus? Genau. Eine Sache hast du vor kurzem schon mal erwähnt, nämlich das sogenannte Mottling. Also, dass an der Kniescheibe vor allem die auftretende Marmorierung, die eben an der Kniescheibe gemessen wird und von dort sich immer weiter ausbreitet, je mehr Mottling, desto kränker ist der Patientin. Das ist ein klassisches Schockzeichen. Eine periphere Minderdurchblutung. Und das wäre genau diese Mikrozirkulationsstörung, die wir da bemerken können. Könnt ihr euch ja nochmal in meinem schönen Eingang. Genau. Ich verlinke das jetzt. Dann gibt es natürlich noch andere Zeichen, wie natürlich andere Marmorierung. Es gibt, wir können in der BGA in der Notaufnahme eine Laktaterhöhung sehen. Das ist also ein Schock ist häufig mit einer Laktaterhöhung verbunden. Aber auch so unklare Vigilanzminderungen. Also Leute, die einfach plötzlich nicht tiefbewusstlos sind, sondern so ein bisschen langsamer, ein bisschen komisch. Verwirrter, oder? Ja, genau. Das klassische, der septische Schock kündigt sich häufig auch durch so eine unklare Schwäche, auch ein unklarer Kollaps kann ein Zeichen für einen Schock sein. Ihr merkt schon, wir sagen immer kann, kann, kann. Die verlängerte Recap-Zeit ist auch so ähnlich wie das Mottling, ein Zeichen von der peripheren Durchblutung. Also das sind alles Hinweise. Im Endeffekt hilft uns auch der klinische Blick, die erhöhte Atemfrequenz und so weiter und so fort. Aber daran denken, nur weil der Patient einen guten Blutdruck hat, heißt es nicht, dass er nicht schockig ist. Du willst mir also sagen, so wie in deinem Leben ist auch der Schock die Summe aller seiner Teile. Ach ja, so ungefähr. Aber so poetisch bin ich nicht, Philipp. Wunderbar. Dann machen wir doch einfach mal mit harten Fakten weiter. Du redest ja andauernd von Schock, aber es gibt ja verschiedene Schockformen, oder? Genau. Also man teilt eigentlich klassisch vier Schockformen auf. Mal schauen, ob mir die alle noch einfallen. Das erste ist der kardiogene Schock. Also klassisch zum Beispiel der Myokard-Infarkt, der schwere Herzinfarkt, das Herz pumpt nicht mehr, aber auch die Herzinsuffizienz, die aus anderen Gründen vielleicht langsam chronisch schlechter wird und jetzt dekompensiert. Die können auch schockig sein. Oder die Rhythmusstörung. Also jemand, der jetzt mit einer schnellen, mit einer ordentlichen Tachycardie plötzlich schlecht wird, der ist ja auch im Endeffekt schockig. Deshalb wird er ja plötzlich schlecht. Es gibt, das ist die Form 1, kardiogener Schock. Der zweite, den kennen wir ganz gut, der hypovoleme Schock. Die Leute bluten aus oder sie haben zu wenig Volumen an Bord. Das sind so die schwer exekierten Patienten, die haben auch teilweise wirklich schwerste Schockzustände. Gerade wenn es dann noch heiß ist und so weiter oder sie ist irgendeinem Grund viel Volumen verlieren. Also Urin verlieren zum Beispiel oder über die Haut Flüssigkeit verlieren. Also es fehlt Flüssigkeit. Aber klassisch auch die spritzende Blutung zum Beispiel, GI-Blutung und so weiter. Der hämorrhagische Schock. Der nächste Schock klingt ein bisschen abgefahrener und ist aber so meine Lieblingsschockform ist der distributive Schock. Deine Lieblingsschockform? Meine Lieblingsschockform. Was ist denn das denn? Ich habe eine Lieblingsschockform. Die Lieblingsschockform ist, weil sie ein bisschen cool klingt, nämlich der distributive Schock. Da haben wir eigentlich genug Volumen, also genug Flüssigkeit an Bord und wir haben genug Herzleistung. Aber trotzdem sind wir schockiert. Trotzdem reicht das nicht aus. Warum? Weil die Gefäße weit werden. Weil unser ganzes Volumen in diesen plötzlich doppelt so weiten Rohren, so kann man sich das vorstellen, versackt. Also das Herz pumpt wie wild. Der Körper versucht irgendwie sich die Gefäße zusammenzuziehen, aber er schafft es nicht. Klassisch. Genau, wollte ich gerade fragen. Was wäre eine klassische Form von deinem Lieblingsschock? Sepsis. Klassisch, klassisch Sepsis und Anaphyloxie. Und die ist ja auch eine deiner Lieblingserkrankungen. Das ist meine absolute Lieblingserkrankung. Ich glaube, du hast eine Obstruktion in deinem Gehirn. Was gibt es denn noch für eine Schockform? Eine elegante Brücke. Das ist vielleicht die komplexeste Schockform, finde ich, ist der sogenannte obstruktive Schock. Das heißt, aufgrund irgendeiner Obstruktion kann das Herz die Leistung nicht bringen. Das ist klassisch bei einer Perikardtamponade. Also es ist einfach so viel Flüssigkeit im Perikardbeutel, dass das Herz den Auswurf nicht mehr schafft, obwohl es selber eigentlich kräftig genug wäre, aber es wird einfach komprimiert. Aber das kann zum Beispiel auch beim Spannungspneumodorak sein, wo einfach die zentralen mediastinalen Gefäße umknicken und dann einfach eine Obstruktion da ist, vor allem der Rückfluss, der benöse Rückfluss da nicht mehr da ist. Es kann eine Lungenembolie sein, logischerweise. Auch das ist eine Obstruktion, wo das rechte Herz an einem plötzlich massiven Widerstand vorbeipumpen muss und das dann nicht mehr schafft. Das sind obstruktive Schockformen. Jetzt so ein bisschen ins Detail gehend vielleicht noch, weil ich weiß, auf das hast du total Bock, gibt es noch ein paar Spezial-Schockformen, die so ein bisschen Subformen sind. Je nachdem, welche Aufteilung, welche Publikation man sich dazu durchliest, gibt es verschiedene Subformen. Und die drei Subformen sind der toxische Schock, sind der endokrine Schock und der neurogene Schock. Bevor ich da jetzt noch weiter von irgendwelchen tollen Formen spreche. In der Realität ist es so, dass die Schockformen meistens kombiniert sind. Also zum Beispiel septisch, Gefäße weit und gleichzeitig herzschlecht durch eine septische Kardiomyopathie. Oder Anaphylaxie, irgendwann wird das Herz schlecht, am Anfang ist es Distribution. Bei der Lungenembolie hat man ein Auswurfproblem und man hat eine Obstruktion und so weiter und so fort. Also meistens ist es kombiniert, aber wenn man sich das mental so überlegt, wird in diesen vier großen Schockformen, dann kommt man relativ schnell weiter. Okay Martin, jetzt hast du alles so ein bisschen erklärt, schön und gut. Gib uns doch noch mal die aus deiner Sicht wichtigsten Tipps und Tricks aus der Praxis. Tatsächlich ist natürlich Schock mega komplex und es gibt tausend verschiedene Schockformen und ich verspreche jetzt schon, weil es so tatsächlich zu dem Thema und allem so viele Anfragen gab, werden wir zu jeder der vier Schockformen ein extra Video machen. Also spezifisch, was ist da los und wie kann man das behandeln. Aber so ein paar Tricks aus der Praxis. Erstens, gerade in der Notaufnahme, aber tatsächlich, wenn man den Luxus hat und das auch so im Neff oder im Hubschrauber mit hat, ist die Schocksonographie was Lebensrettendes. Zum Beispiel das Schocksono Rapid Ultrasound in Schock und Hypertension, Rush, hilft ganz, ganz schnell die wichtigsten Pathologien zu checken. Innerhalb von zwei Minuten ist man da einmal durch und kann schon sehr, sehr früh Sachen entscheiden. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Tipp, wenn man sowas zur Verfügung hat. Deshalb würde ich es mir auch manchmal präklinisch wünschen, muss ich dir ehrlich sagen. So ein kleines, schickes Sonogerät. Was noch sinnvoll ist, ist frühzeitig bei Verdacht auf Schock eine BGA zu machen, wo man die Elektrolyte und das Lactat hat. Da hilft auch, hat man auch schon eine Idee, wie ungefähr der Sauerstoffstatus vom Patienten ist, frühzeitig eine BGA. Vielleicht hilft da sogar eine arterielle, aber Hauptsache man hat eine BGA und kann mal einschätzen, ist das Lactat jetzt total unspektakulär, hat man vielleicht nochmal kurz Zeit zum Durchschnaufen, ist es mega hoch, muss man nochmal ein bisschen vorsichtiger sein. Was noch was bringt, wenn man vermutet, dass die Patienten einen eher Hypovolemenschock haben oder einen distributiven Schock, also wo ein Volumenmangel absolut, also weil zu wenig Volumen oder relativ, weil Gefäße zu weit ist, kann man sowohl in der Klinik als auch präklinisch mal versuchen, den sogenannten Passive Leg Erase Test zu machen. Also die Patienten liegen flach, man misst zuerst den Blutdruck, denkt sich, oh, da ist es gar nicht so toll, nimmt die Beine hoch, hält die für eine knappe Minute zumindest und misst dann, während die Beine oben sind, nochmal den Blutdruck. Und wenn man merkt, dass der Blutdruck signifikant ansteigt, also so plus 10% ungefähr, ja, gibt es verschiedene Ideen, ob jetzt Intensivpatienten oder nicht, aber wenn der Blutdruck deutlich ansteigt, dann ist diese Volumenverschiebung aus den Beinen hilfreich. Und dann kann man wiederum sagen, der Patient könnte vielleicht Volumen brauchen oder Blut. Ja, auch sagen, dass Volumenstatuseinschätzung ein ultra komplexes Thema ist, was die Intensivmedizin massiv bewegt. Von daher kann man auch über Leg Erase natürlich ganz viele positive und negative Dinge sagen. Ich sehe das genauso wie du, ist in der Praxis ein super Tool. Vor allem schnell und unkompliziert, ohne komplexe, hemodynamische Messungen und Echo und so weiter. Genau, genau. Der letzte Trick, jetzt geht schon fast wieder in Richtung Therapie, ist Push-Dose-Pressers. Wenn euch unklar ist, was der Schock ist, aber ihr wisst, ihr habt jetzt da nicht Zeit, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu überlegen, viel Diagnostik zu fahren, sondern der Patient muss jetzt mal überleben, dann kann man auf jeden Fall mal versuchen, aus der Hand niedrig dosiert Katacholamin zu geben. Und da ist unser Push-Dose-Presser-Konzept, auf das wir jetzt verlinken, ich hoffe, das funktioniert bei YouTube jetzt, auf das wir verlinken, ein sinnvolles Konzept, um relativ ungefährlich die Patienten mit Katacholamin zu versorgen, ohne da jetzt auch stundenlang Perfussoren aufzuziehen, in der Erstphase. Okay, gut. Martin, jetzt hast du eine ganze Menge erzählt, also gleich nochmal ganz kurz zum Abschluss die wichtigsten Dinge zum Therapieren und dann hätten wir es eigentlich, oder? Dann hätten wir es eigentlich, ja. Erstaunlich. Schock in 10 Minuten, zack. Also beim Schock sind, glaube ich, drei Säulen wichtig. Man muss zuerst, also parallel immer, man muss erkennen, was ist das für eine Schockform. Man muss aus dieser Erkenntnis heraus versuchen, diese Grundproblematik zu behandeln. Also die ganzen Katacholamine, die wir da geben oder Volumen, die helfen nichts, wenn der Infarkt einfach immer schlimmer wird oder die Aorta gerade zerreißt. Und drittens, wir müssen aber symptomatisch auch therapieren. Also die drei Sachen müssen parallel ablaufen und spielen sich dauernd hin und her. Das heißt, Grundproblem behandeln heißt jetzt, ob das jetzt Strom ist bei der Dachykatie oder Pradykatie, ob das Intervention ist wie ein Herzkatheter, ob das Lysetherapie ist bei der Lungenembolie oder aber auch irgendwelche chirurgischen Interventionen wie eine Dorex-Drainage beim Spannungspneu, Blutstillung logischerweise, wäre die Behandlung der Grunderkrankung. Dann die symptomatische Behandlung wäre einerseits am ehesten Volumen und Katacholamin-Therapie, wobei man zunehmend, außer man sagt, der ist wirklich massiv volumenleer, eher vorsichtig mit Volumen ist und eher pro Katacholamine ist. Aber meistens ist es so eine Mischung und man kann dazu sagen, eine Volume-Challenge, also die Gabe von 500 kristalloider Lösungen, 500 Milliliter, ist selten dramatisch und kann dem Patienten schon mal helfen. Und wenn man merkt, dass allein auf diese kurze Gabe sich eine Besserung gibt, dann kann man das mal vorsichtig so weitermachen. Okay. Martin, finde ich extrem interessant, was du da erzählt hast. Ach, das freut mich. Und ich bin sehr gespannt auf die ganzen Unter-Schock-Form-Videos von dir. Falls irgendwelche Fragen dazu stehen, könnt ihr natürlich jederzeit euch an Martin oder mich wenden und wenn es euch gefällt, teilen und liken. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, Themenwünsche oder was auch immer, einfach schreiben. Wenn ihr eine Lieblings-Schock-Form habt. Und denkt daran, es gibt uns auch bei WhatsApp weitersagen und abonnieren, wenn ihr noch nicht dabei seid. Mit dieser positiven Nachricht wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis bald bei Nerd von Medizin. Ciao. 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 Ciao.